Hallo, mein Name ist Robert Glatzeder. Ich bin Schauspieler, unter anderem auch Synchronsprecher, Theaterschauspieler und in den Synchronrollen kann man mich hören als Stimme von Adam Driver zum Beispiel oder wenn der alte Musiker Lenny Kravitz mal im Kino zu sehen ist, dann darf ich ihm auch meine Stimme ein. Wie bist du zum Synchron gekommen? Zum Synchron. Es gab eine Zeit, da habe ich viel Theater gespielt und viel gedreht und habe aber gemerkt, dass das Drehen so sukzessive auch weniger wird und dachte, was gehört noch zur Schauspielerei dazu? Synchron. Habe ich bis jetzt immer nur gemacht, wenn ich mich synchronisiert habe. Dachte ich, mache ich, kannte ich auch ein paar Jungs und Mädels, die das schon gemacht hatten, da gut in dem Geschäft drin waren und dachte mir, ja, das gehört dazu, das mache ich. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, und dass man da eine gewisse Zeit braucht, um allein die Technik zu lernen und dann auch, um einen Zugang zu diesen Leuten zu finden, weil das schon ein abgeschlossener Bereich ist. Da kommt man nicht einfach hin und kann Synchronsprecher sein, sondern wie gesagt, erst die Technik und dann müssen die Leute einen auch kennenlernen und auch vertrauen, dass, wenn sie dich buchen da, dass du die Sätze auch füllerfrei rauskriegst. Kannst du dich an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Ich glaube ja, Christoph Tschirpka war das. Der hat mich geholt und das ist auch eine treue Seele und auch einer meiner Lieblingsregisseure, weil der so, ich weiß nicht, wir haben Draht, er ist einfach ein toller Typ und ich komme mit ihm super klar. Und der hat den Mut gehabt und auch die Macht, jemanden zu holen, vom Theater und so wie mich und hat mir eine große Rolle gegeben. Ich glaube, damals sogar bei, 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 bei Lenny Kravitz hat er mich geholt, bei Precious, glaube ich. Ja, ja. Du bist zum Synchron gekommen, als schon hauptsächlich ge-ixt wurde. Konntest du von älteren Kollegen lernen? Na ja, wie du sagst, das fällt ja nun mal schon weg, so Kollegen. Nur wenn man sich mal reinsetzt und Interesse hat und ab und zu mal guckt, hinten in der Regie, wie der das macht und was der macht, dann, ähm, kann man sich eine Menge abgucken. Und ich bin auch wieder erstaunt, immer wieder, wie einige da, ähm, ja, was für eine Technik, die für sich entwickelt haben, vor dem Mikrofon. Einige sitzen, für mich undenkbar, andere spielen, total verrückt und, ähm, ja. Und, und, äh, das Spannende ist ja auch immer, wie man über gewisse Probleme drüber hinwegkommt. Und da sind nun die Regisseure oft eine Hilfestellung. Oder eben auch nicht, wenn es ein, nicht so ein netter Regisseur ist, dann macht er dich fertig. Aber, äh, da gibt's schon Tricks, wie man über gewisse Klippen hinwegkommt. Spannend. Also gibt's irgendjemanden, äh, wo du dir jetzt im Nachhinein wünschen würdest, mit dem hätt ich gerne mal zusammen im Synchronstuh gestanden? Ja, so alte Hasen halt, äh, Christian Brückner oder, oder hier die Stimme von Balou der Bär. Ich glaub, der hieß Ott oder sowas. Ja, super Typ, also sowas. Oder Sonnenschein, ähm, ja, so die alte Garde, die noch so eine andere Sprache auch hatten. Äh, da würd ich gerne mal Mäuschen sein, ja. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Lenny Kravitz als Sinner in Die Tribute von Panem? Ja, da war ja nur eine kleine Gastrolle und so. Ja, die Stimme, wie, äh, keine Ahnung. Ich hoffe, ich hab das irgendwie getroffen. So ein leicht schraderiger Ton ist ja bei mir drin, so leicht kaputt und so. Und, äh, ja, dann kommt's aufs Spiel drauf an. Und ich hoffe, es war okay. Also, es war eine tolle Rolle. Dieser Modeschöpfer war das ja, ja. War dann aber auch tot. Wurde erschlagen oder so. Das ist mein Schicksal. Ich werd immer erschlagen oder erschossen, weil ich oft so Schwarze oder Puerto Ricaner Gangster spiele und so. Und dann denk ich mir an, tolle Serienrolle und so und zweiter Teil. Ja, Robert, tut uns leid. Der ist jetzt leider, äh, ja, so geht's mir oft. Aber dann kann ich zweimal besetzt werden in der Staffel 2, dann wieder der Drogen-Lieger. Lenny Kravitz ist ja eigentlich Sänger. Singst du auch? Ich kann singen, aber, äh, äh, in den Filmen, wo Lenny Kravitz jetzt mitgemacht hat, das waren ja keine Musicals oder so, ähm, ja, da musst du nicht singen oder so. Und, äh, dass ich jetzt gebucht werde von Disney, weil ich so eine tolle Stimme, Gesangsstimme hab, ist auch nicht so der Fall, äh, könnte ich machen, äh, würde ich probieren, brauchte ich, bräuchte ich einen Coach oder sowas. Also, hab ja auch vier Jahre Gesang auch im Studium gehabt, aber ich würd mich jetzt da nicht, äh, äh, klopfen und sagen, hey, ich bin der Typ, der jetzt hier eure Sachen einsinkt. Nee, nee. Und Lenny Kravitz würde ich auch nicht gesangsmäßig dubeln, bin doch nicht irre. Wie wichtig ist Musikalität fürs Synchron? Sehr, sehr wichtig. Also Rhythmusverständnis und, äh, ja, auch die Stimmung, äh, wie Lieder interpretieren. Oder auch eben, äh, Stimmung sind, so muss man dafür auch ein Öhrchen haben. Und gerade eben auch Rhythmus, wie macht der die Pausen, wo zieht der, wo, bap, bap, bap. Das ist ja, das ist diese Technik, die für einen Anfänger verdammt schwer ist, verdammt schwer. Zudem, dass man dann auch die, die ganzen Worte da, diese auswendig lernen muss, der Horror, und dann noch gucken, wie der da schnappelt und so. Und dann noch der Regisseur und dann die Cutterin und dann wirst du ja nicht mehr und dann, oh Gott. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Mit Lust und Laune hingehen und versuchen, eine gute Zeit zu haben. Weißt du, weißt du am Abend noch, was du gesprochen hast? Ja, 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 schon. Aber es gibt einige Sachen, die bleiben haften und einige, die gehen durch. Also heute meinte auch der Regisseur, na, den Namen habe ich dir jetzt doch schon dreimal gesagt. Ich so, ja, du, aber merke mir diese Namen, da frage ich lieber nochmal, weil diese ganzen amerikanischen oder spanischen Namen, keine Ahnung, merke mir die doch nicht. Wirst ja irre, wenn ich die im Speicher habe, dann knallst du durch. Raus damit, raus, rein, raus. Aber einige Filme, wie ein letzter jetzt, worauf wir vielleicht noch zu sprechen kommen, da haftet das sogar Tage noch an dir dran. Jetzt nicht Worte oder Sätze, sondern eine Stimmung. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Adam Driver? Ja, der hat eigentlich im Original noch ein bisschen andere. Der klingt wie Kermit der Frosch, so ein bisschen quarkig und so ein bisschen so. Und wer war denn da, derjenige, der mich da vorgeschlagen hatte? Keine Ahnung, aber ist jetzt auch schon ewig her. Und ich finde, das passt ganz gut. Also ich bin nicht so, so nur und auch nicht so quäkig, aber ich habe was, was, glaube ich, passt. Jetzt nicht bei allen Filmen, sondern es gibt auch Leute so wie Jim Jarmusch, der mich da nicht haben wollte. Also richtig gesagt, nee, die Stimme klingt ihm nicht tief genug. Und dann war ich plötzlich raus und dachte, okay, obwohl mich alle haben wollten. Und ich dachte, ja, ja. Dann gibt es aber noch Julian, der ihn ja ausspricht in Star Wars. Das war was. Da komme ich mein Leben nicht drüber hinweg. Erzähl mal. Naja, ich hatte ein paar Mal gesprochen und dann war ich zum Casting eingeladen und alles gut. Und Björn Schaller hat das Ding da gemacht. Und mir ging ganz schön die Pumpe, weil das ist meine Kindheit. Das sind meine Helden. Das ist mein Film, meine Teile. Also die ersten drei, die dann ja nicht die ersten drei waren, sondern ist ja auch egal. Und da dachte ich, ja, das. Aber wie es dann meist so ist, verkrampft man, wenn man es besonders will. Und Julian hat es bekommen. Macht er toll, alles gut, aber trotzdem, es schmerzt in der Seele, weil ich echter Fan bin. Ich glaube, Julian nicht mal. Ich weiß gar nicht, ob der damit was anfangen kann. Aber er macht es sehr gut und alle sind happy. Ich bin traurig. Was macht das Spiel von Adam Driver aus? Na, der kann wirklich eine Palette spielen. Und was ich finde, was wirklich besonders ist, ist dieses Natürliche. Und da muss man als Schauspieler auch echt aufpassen, dass man dem gerecht wird. Also da kannst du nicht irgendwie mal so aus der Hüfte schießen, sondern da musst du schon mal dein Herz öffnen und einen gucken lassen. Also gerade bei jetzt Marriage Story, diesem neuen Film, boah, ey. Und das war auch der Film, wo ich fertig war. Also Tage noch, weil dieses Thema mit Trennung und was da so echt an die Nieren geht. Wie war die Synchronarbeit an Marriage Story? Zum Glück mit meinem Lieblingsregisseur Christoph Tschurpka. Und da wir eben so einen guten Draht zueinander haben und ich so ein Vertrauen auch zu ihm, kann ich mein Herz ihm gegenüber öffnen. Das geht nicht mit jedem Regisseur. Ich kann Fehler machen. Ich kann Fragen stellen und auch dumme Fragen stellen. Und die werden immer beantwortet und das ist immer produktiv. Und so haben wir zusammen diesen Film, sind wir da so durch. Da war da noch jemand aus Amerika, so ein Supervisor. Und das hat aber auch ganz toll geklappt mit der Candice. Gab es da besondere Momente bei der Synchronisation? Ja, wir hatten so eine Szene wirklich nicht geickst auf dem Sofa, wo wir versucht haben, zusammen etwas aufzunehmen. Eine schwierige Szene. Sie hier, Luisa. Genau. Und ich mit ihrem Hund daneben noch. Der war zum Glück ruhig. Und wir haben versucht, diese Szene, weil die so intensiv war, aufeinander zu hören und abzunehmen. Das haben wir nicht durchgezogen bis zum Schluss. Das haben wir am Anfang gemacht, um so reinzukommen. Und dann wusste jeder, wie so die Stimmung ist. Und dann hat jeder sein Ding gemacht. War aber spannend. So auf dem Sofa nebeneinander sitzend. Hast du das mit nach Hause genommen, die Synchronisation? Also die Arbeit an diesem Film? Ja, ja. Wie gesagt, ich war fix und fertig danach. Auch zu Hause noch. Ich habe dann gesagt, ich brauche ein bisschen Ruhe. Schlaf du bitte bei den Kindern oder beim Kind. Ich muss schlafen, weil morgen wieder los. Und dann dauert das. Und das zehrt doch sehr an mir. Wie gesagt, das ist nicht bei allen Projekten so. Da gehst du raus bei anderen und dann ist es weg. Aber bei dem Film, jeder, der ihn dann gesehen hat, wird wissen. So eine Trennungsgeschichte. Und das ist schon traurig, toll, lustig auch. Aber na ja. Erzähl mal von der Synchronarbeit an Black Clansman. Ja, auch Adam Driver. Genau. Na ja, auch. Und da noch humorvoller, also witziger. Aber genauso real. Und ja, was soll ich da erzählen? Mit Hannes. Toll. Ein junger Regisseur, Hannes Maure. Auch gleich ein Draht gehabt. Das ist das A und O. Ob du da ein Draht hast, gutes Buch. Und das funktioniert. Guter Film. Und danke kann man da immer nur sagen, wenn man sowas dann hat. Und daraufhin arbeitet man ja auch. Also ich, auch beim Synchron. Ich weiß, dass 70 Prozent nimmt man so mit. Danke, okay. Aber durch die 70 Prozent, die man so macht, sind dann diese 30 Prozent. Und diese Filme sind feste. Das ist dann so toll. Macht so einen Spaß. Hast du einen Lieblingsfilm mit Adam Driver? Ähm, ich hab noch gemacht mit Haki Tenstedt, ähm, The Man Who Killed Don Quixote. Und der Film, den kennt keine Sau. Terry Gilliams, also ich meine der Typ von Monty Python, ähm, so. Aber der Film ist runtergegangen, kennt keine Sau. Den gibt's aber. Und da hat auch Adam Driver eine große Rolle gespielt. Und, äh, der war toll. Das hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt würde ich gerade so sagen, weil der so intensiv war. Marriage Story ist der Film, ja. Du hast Pablo Schreiber unter anderem in Skyscraper und Aufbruch zum Mond gesprochen. Erzähl mal. Na und vor allem, äh, in Orange is a New Black, wo er Pornstache war. Und das war mal ne Type. Und so ne Typen liebe ich. Also so ne abgefuckten Motherfucker. Also wirklich, die so richtig übel sind. Da durfte ich noch einen sprechen. In einer Serie, die auch keiner kennt. Blood Drive heißt die. So ne Splatter-Serie. Vom Übelsten nur. Die Motoren, die Autos fahren nur mit menschlichem Blut und so. Und da durfte ich so einen Zeremonienmeister sprechen. Ja, das war großartig. Dirk Bubl ist in der Regie. Und, äh, wow, was für ein Fest. Und Pablo Schreiber eben auch. Dieser Pornstache, der so ein übler Hund ist, der die Frauen so behandelt wie Dreck. Das darf man ja nicht im wirklichen Leben, ja. Aber da darf man es dann mal. Dann darf man auch so was sagen. So was Huttsgemeines. Und das ist herrlich. Ist das der Reiz, den der Beruf des Synchronsprechers ausmacht? Na, der Schauspielerei an sich. Also, wenn ich drehen kann oder im Theater. Das ist ja toll. Du, ich kann Mörder sein. Ich kann Vergewaltiger sein. Alles das, was. Also nicht, dass ich das wollen würde. Aber, Alter, diese ganzen Sachen. Ich kann Clown sein. Lustig, total. Dieses Schlüpfen. Das ist ja auch Therapie. Du lebst dich ein bisschen aus. Und auch eben bei tollen Rollen im Synchron. Du lebst das alles mit, nach. Und so, das ist toll. Ich liebe es. Noch liebe ich das alles. Auch Synchron. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, auf das du oft besetzt wirst? Naja, durch die Stimme. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich der jugendliche Liebhaber so bin. Das weiß ich nicht. Aber mit meiner Stimme, ja, eher die Typen, die dann so erschossen werden. Also, irgendwelche Mafia-Typen. Ja, Mafia-Paten. Gibt es eine Synchronrolle, an die du dich gerne zurückerinnerst? Wir haben die jetzt eigentlich durch so. Das sind die, die so Extreme haben. Jetzt spreche ich auch wieder so einen Kommissar. Der ist auch toll bei Broken Mode Mysteries. Aber so eine durchgeknallten Vögel, das finde ich toll. So wie bei Blood Rife. Du sprichst auch oft Rollen in Animes und Animationsfilmen. Was reizt dich an Trickcharakteren? Ja, auch die Verrücktheit, die Tollheit. Das würde ich übrigens gerne noch mehr machen. Also bei so ein Frettchen oder so ein Warzenschwein oder so. Ich glaube, da bin ich noch nicht gefordert genug. Also da würde ich gerne noch mal zum Besten geben. So was wie Sittier, Otto Walkes, so ein Typ oder ein Mammut. Aber lieber ein verrückteres Tier. Also mehr so ein Stachelschwein oder so was. Ja, da habe ich Lust zu. Ja, weil da spielst du richtig. Da verstehst du dich auch noch. So irgendwie verrückt. Das liebe ich. Bist du selbst auch Anime-Fan? Da habe ich letztens wieder eine zweite Synchro-Fassung gemacht. Ja, da habe ich auch Glück gehabt. Da war ich so ein schöner Bösewicht. Das ist super, so eine Rollen liebe ich. Kann ich ganz klar sagen, ich bin kein Fan, dass ich mir so was angucke zu Hause. Mein Bruder war da Fan von. Und wenn der geguckt hat, sogar Samstag früh damals, um 5 Uhr hat er sich solche Sachen angeguckt. Maja, ich bin dafür nicht aufgestanden. Aber ich mache das, macht mir auch Spaß. Einige, da war Beyblade war glaube ich mal so was. Das war auch gut, da war ich so ein Typ. Aber ich bin kein Nerd oder sowas und kein Superfan. Was ist schwieriger, Anime oder Realfilmsynchron? Realfilm, also wenn du das ernst nimmst, ist Realfilm. Sowas wie, wo es zur Sache geht, emotional ist es schwieriger. Weil da, Trickfilm muss ich, ich will es nicht abwerten oder sowas. Aber da kannst du dich verstellen, da kannst du dich hinter der Stimme verstecken. Du kannst, ja, musst nicht viel Preis geben von dir. Das ist bei so Filmen, wo eine Trennungsgeschichte ist, sowas ganz anderes. Weil der Zuschauer ist nicht blöd. Und über den Ton kriegt er ganz genau mit, ob das gerade stimmt oder nicht stimmt. Ob es dich berührt oder nicht berührt. Ob du zu Tränen gerührt bist oder eben nicht, verpufft es. Und der Anspruch ist immer, die Leute zu treffen ins Herz. Und das schafft man bei Disney-Filmen auch immer. Das finde ich verrückt. Also mit diesen Figuren jetzt. Ich durfte Eisprinzessin oder wie heißt sie, Teil 2 gucken mit meiner Tochter. Ihr erstes großes Kinoerlebnis. Und wie liebend gerne ich da mitgemacht hätte. Weil das ist ein Fest. Die Bilder, auch die Synchronsprecher, alle großartig und toll. Er fand das, das ist Kino. Und da mitzumachen ist immer toll. War es für dich als Synchronsprecher von Vorteil, dass dein Vater Winfried ein bekannter Schauspieler ist? Im Synchrongeschäft hat es, glaube ich, gar nicht so vielleicht ein erstes Aufhorchen. Aber da hat es nicht so eine Bewandtnis-Bedeutung. Zumal er auch kein Synchron macht. Dass es zum Glück ein Feld, was er nicht beackert hat. Also möchte er nicht, wollte er nie. Die hat er immer, kann er nicht, sagte er auch, könnte er schon. Ich würde es toll finden, wenn er in einigen Rollen mal zu sehen, zu hören wäre, weil er eine tolle Stimme hat. So einen alten, verrückten Schrat könnte er bestimmt super geben. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt noch so wirklich will. Weil diese Technik, wie gesagt, ist ja schon, verlangt einem schon einiges ab. Aber auf die Frage zurückzukommen, der Name, du, ist im Theater so beim Drehen so, wenn du scheiße bist, hilft dir der Name auch nicht und im Synchron auch, wenn es vertilft, ob du Glazeder heißt oder nein. Du hast ja erst Soziologie und BWL studiert. Nie wirklich, habe ich mal so. Das war, weil mein Vater unbedingt die BAföG, nee, nicht BAföG, sondern Kindergeld weiterkriegen wollte. Da musste ich mich einschreiben. Hat er gesagt, schreib dich ein, dann krieg ich irgendwie 60 Euro mehr. Irgendwie sowas. Willst du später auch mal ins Dschungelcamp? Nie, habe ich auch ihm abgeraten. Aber für ihn war es richtig und gut. Und er ist ein Abenteurer, er wird abenteuerlich sterben wahrscheinlich. Und für mich überhaupt nicht. Das ist für mich Affenteater, was soll ich denn? Man braucht nicht, will ich nicht. Nein. Wo stehst du lieber? Vor der Kamera, auf der Bühne oder am Mikrofon? Ja, eben die Mischung ist es. Also ich glaube, ich wäre nicht glücklich, wenn ich nur eins von allem machen würde. Ich würde jetzt gerade wieder ein bisschen mehr drehen wollen, kannst du nie bestimmen. Mit dem Synchron läuft es super. Ich bin beschenkt mit tollen Rollen und im Theater auch immer wieder. In diesem Jahr wollen wir wahrscheinlich Hamlet machen. Das ist super. Aber eben die Mischung, dann bin ich glücklich. Und das ist für mich auch der Beruf. Also das eine bedingt das andere. Du holst dir davon so viel Input aus dem Theater für dann wieder die Synchronrolle. Und beim Drehen kannst du nachvollziehen, was die Leute vor der Kamera wirklich da so machen, wie sich das anfühlt. Und das nimmst du auch wieder mit. Das ist für mich so. Da kommen noch viele andere Sachen dazu. Aber es ist künstlerisches Leben. Künstler. Ist für dich auch Synchronregie eine Option für die Zukunft? Das kann sein. Noch würde ich es mir nicht anmaßen, weil ich selber noch auf der Suche bin so sehr. Also, das irgendwann was war. Ja, warum nicht? Klar, aber das bräuchte noch ein paar Jahre des Lernens und auch dann der Vorbereitung. Da musst du, glaube ich, nochmal ganz anders. Da gibt es so im Hintergrund Sachen mit Redaktion und sonst was. Das musst du auch erst mal auf dem Kasten haben. Dann muss man sich einfuchsen und so. Ist gerade nicht auf dem Tableau, aber vielleicht, wenn meine Stimme versagt durch Zigaretten und Alkohol, dann. Welches Projekt war für dich bis heute die größte Herausforderung? Es gab ein Off-Theaterprojekt, das mit Ingrid Lausund. Das ist die Frau, die auch den Tatortreiniger geschrieben hat. Und die, mit der habe ich ein Theaterprojekt gemacht. Und die hat nachts geschrieben und hat tagsüber mit uns probiert, die Texte. Und wir mussten diese Texte innerhalb kürzester Zeit auswendig lernen und mit ihr proben. Und Premiere waren drei Wochen und die Texte waren so kompliziert. Und da bin ich fast durchgeknallt. Das war mit einem meiner heraus Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe zu Hause recherchiert, lernen, lernen. Wie kann ich diese Texte, die sie nachts schreibt, die vier DIN A4-Seiten, in einem Tag lernen? Ich bin nicht der Typ, ich brauche vier Wochen dazu. Und es hat funktioniert, es hat irgendwie geklappt wie magisch. Und das war eine der verrücktesten und schönsten Arbeiten in meinem Schauspielerleben. Obwohl es anfänglich so ist, dass es so war, dass ich sollte eine Tür spielen. Und das ist ja immer der Witz in der Schauspielschule. Spiele eine Tür oder ein Himbeerpudding oder so. Ist ja lachhaft. Und so, aber in dem Fall sollte ich eine Tür spielen. Und mein Vater hat auch gesagt, warte, bist du völlig, nur mach mal, nur mach mal. Und dann wurde das ein wahnsinnig erfolgreiches Stück, auch zu Theatertreffen am Deutschen Theater gespielt. Wir wurden nach Stuttgart eingeladen. Also es war ein richtiger Knaller, was wir da gemacht haben, weil diese Frau auch so toll inszeniert und Gedanken hat. Auch leicht irre ist, die Ingrid, positiv gesehen. Und das war eine Arbeit mit Blut und Wasser und Erfolg und wunderschön. Was machst du, wenn du nicht im Studio oder auf der Bühne stehst? Familie, nur Familie. Das eine ist, um die Familie zu ernähren und um auch Spaß zu haben und von der Familie mal wegzukommen. Aber der Kern ist die Familie. Meine Kinder, die wachsen so schnell wie die Kinder von allen anderen auch. Aber es ist, oh Gott, es ist eigentlich die Zeit für die Familie. Die eine ist fünfeinhalb, der andere ist anderthalb und sie rast die Zeit. Alle sagen es einem ja auch, ich weiß es auch. Und jede freie Minute versuche ich mit Geduld und Muße mit der Familie und den Kindern zu verbringen. Es kann natürlich trotzdem alles nach hinten losgehen. Und in der Pubertät werden die mir ans Bein pinkeln. Aber gut, ich habe es versucht. Es ist eine gute Zeit. Besser geht es eigentlich gar nicht. Geduld, Geduld. Ja, Geduld und die Erkenntnis, bin ich der Typ dafür? Und wenn nicht, lasst es sein. Und wenn ihr es denkt, ihr seid es und ihr wollt es, dann beißt euch fest und lasst euch nicht unterkriegen. Es gibt immer wieder Regisseure und Tage, wo es einmal bei einem selber nicht klappt oder Regisseure so. Manchmal auch echt gemein sind und ein Fertigmachen. Aber lasst euch davon nicht kaputt machen und den Spaß nicht nehmen. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Der Synchronbranche Zeit, das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Zeit und ein bisschen mehr Kohle für uns Sprecher. Aber da liegt ja die Krux. Und in der heutigen Zeit, wo alles nur noch schneller gehen muss und jede Serie kaum abgedreht wird und es ist echt Wahnsinn, wünsche ich mir trotzdem Zeit. Weil das ist die Qualität und wie ich sagte, es muss ins Herz gehen und da verliert man auf diesem Weg, wenn man hetzt, ganz viel. Und das ist schade und sollte nicht so sein. Und das ist schade und sollte nicht so sein.